Hier, komm noch mit, komm noch mit, ich würde dich doch... Wenn wir nicht geklärt, würde ich eine Begrüßung machen, ne? Hallo und herzlich willkommen nach einem halbfragen Start, ich wusste ja nicht, was los war, ich bin das anders gewöhnt, aber okay. Ähm, bei GTA Online Custom Maps, heute mit Max und Stefan. Und was? Ist okay! So, jetzt komm, Start und lad ein. Und? Gut. Du kannst spät bitte auch. Ich werde angeschossen. Ihr seid eingeladen. Ich bin eingeladen, eingeladen. Woher kommt das eigentlich? Von Reinhard Gräber aus... Stimmt, eingeladen. Na, Prost, Mahlzeit. Raus! Saufer! Was? Kein Kontakt? Punkt zu Punkt. Superstanz, Kai. Oh, Sö, de los Santos, sem maisto, quepolisaut, äh, wö? Sö, de los Santos, tu raiiis. Ich nehm? Ich nehm? Ich nehm? Hey, bei mir geht's schon los. Hey, bei mir geht's schon los. Kannst du es nochmal sagen bitte, Lukas, ich hab's nicht verstanden. Hey, bei mir geht's schon los. Hey, es geht schon los. Also, bei mir hat das Breit schon ausgelöst, dieses... Fuuum. Ja, wer hat denn jetzt noch nicht auf Breit geklickt? Wir haben... Stefan! Ja, sorry, dass du noch ein Auto aussuchen musst. Ja, wie viele hast du denn? Ich kann keineimmer setzen. 12. Das kommt wahrscheinlich sogar hin. Das ist das Traurige. Ratatatatata. Wer will was machen? Hä, warum ist denn Auto meint weiß? Warum ist denn Auto meint weiß? Der ist ja kein Kontakt, Punkt zu Punkt. Ja, willst du das tun? Hä? Bei mir zählt es jetzt erst runter. Das hatte ich auch schon mal. Was ist das für ein Huren-Ding? Sind wir die Strecke nicht schon mal gefahren? Sind wir die schon mal gefahren? Ich sehe nicht. Alter, man sieht schon wieder gar nichts. Ich wusste auch nicht mehr, welche neu ist und welche nicht neu ist. Alter, man sieht nichts. Nicht. Nee, ich glaube nicht. Oh Gott. Alter, hier ist einfach nur rund alles. Ach, Stefan, nur mal so. Also, wenn du die Kamera nicht bewegst, dann fährt die mit. Du darfst die Maus nicht bewegen in den Röhren fahren. Ja, das ist Lukas' Noob-Trick gewesen, der komischerweise funktioniert hat. Hand von der Maus nehmen. Jetzt habe ich beim allerersten Mal probiert, da hat es nicht geklappt, aber jetzt klappt es. Ich weiß gerade irgendwie nicht mehr, wo ich bin. Ich bin letzter, oder? Aber irgendwie auch nicht immer. Hä? Alter, fuck. Das war ein bisschen laut. Da ist Lukas gerade mal gekommen. Alter, ich bin schon wieder runtergefahren. Wieso weißt du, wie das sich anhört, ey? Ja, wir machen da öfter so Experimente. Oh Gott. Alter, was ist denn das hier für ein Mist? Hier geht die Wand nach oben. Ich bin ernsthaft zweimal runtergefahren. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen den Film. Der Noob Teil 1. Teil 2 ist in Vorbereitung. Alter, was ist denn das? So ein riesiger Spinn jetzt hier. Oh Gott, nein. Wartet bitte vor der Ziellinie. Alter. Ich bin zu schlicht. Komm gerade überhaupt nicht klar. Ich würde lieber mit Controller fahren, glaube ich. Okay, ich warte. Stefan vielleicht bestimmt jetzt vollrennen. Ja, wo bist du denn, Lukas? Ja, hier hinten irgendwo. Wir fahren in der vernünftigen Reihenfolge ins Ziel, ne? In der was Reihenfolge? Ja, in einer, also in der, der wir angekommen sind. Ja, das will ich ja schwer hoffen. So, äh, noch nicht. So, noch nicht. Alter, Lukas, du schwer ist die Strecke noch gar nicht. Hey, ich bin doch schon im Sprung. Achso, na dann. Okay, fahrt rein. Hey, was macht ihr denn? Hier unten ist doch was Ziel. Hä, na ja. Ich bin doch gerade reingefahren. Bei mir steht du bis erster. Hä, bei mir steht, ich bin erster. What the fuck? Hä? Auch, ich denke mal, weil dein, weil dein, äh, Dings später angefangen hat zu zählen, weißt du? Hä, bei mir ist jetzt hier links so ein komischer. Hä, ich bin mit Stefan alleine. Keich, so ein Fackelkeich. Ich bin alleine. Allein, allein. Allein, 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 allein. Wir sind, hä, was ist jetzt hier? Jetzt ist mein Anorama alleine hier. 15 Punkte. Like. Vielleicht war das, vielleicht war das einfach nur so ein, äh, Rennen für zwei Personen oder so. Ja, weil ihr seid, wir sind ja auch auf einer Position irgendwie. Hä, jetzt seid ihr wieder da. Ja, ist doch egal, mach jetzt weiter. What the fuck? Ist das hier auch wieder ein, äh, kein Kontakt zu Punkt zu Punkt. Ach, kann ich das irgendwie ausschalten? Ja, kann ich. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Ich bin nicht ganz blöd. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Wie war das hier in der Kinoeber? Er überholt dich. Er überholt dich. Du bist so langsam. Jetzt sind wir vernünftig hier. Jetzt sind wir drei Autos. 3, 2, 1. Ja, aber das ist doch voll uninteressant, wenn es ohne... Aber es geht doch nicht. Ich kann es... Es geht doch nicht. Ja, aber ich will es doch nochmal anmerken. Über die Strecke wird mein Freund. Alter, das ist bescheuert. Es geht ja immer weiter runter, kann das sein? Ja. Wir fahren nur im Kreis, oder? Ja, und das ist die ganze Zeit runter. Das ist für 9 Kilometer. Aber ich komme auch nicht hinter Maxi nachher. Ich auch nicht. Ich verliere eher. Bis ich mich drehe. Jetzt ist es passiert. Bis ich auf der Strecke drehen. Ah, wenn man schlecht aufkommt. Alter, ist das bescheuert. Jetzt hole ich auf. Jetzt. Oh. Oh, jetzt passiert hier irgendwas anderes. Ui, jei, jei. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Oh. Das war gerade eine interessante Wegführung. So über die Decke. Ja. War nicht geil. Aber das war auch nur, damit wir schneller nach unten kommen. Aber das blöde hier ist, irgendein Windschatten. Oder? Nee. Das wäre schon an mir vorbei. Ich wollte ganz sagen, sonst wäre einer von euch doch schon an mir vorbei. Weil wer ist denn hinter mir war? Ich. Stefan. Achso. Wenn Max vor dir ist, kann nur noch ich sein. Hä, Max ist da ja nicht mehr vor... Hä, klar. Ich bin erster Platzstück bei mir. Hä? Ich habe doch aber Max vorhin überholt. Ja, hast du nicht? Hä, doch. Bei mir schon. Was steht denn bei dir? Ich bin jetzt wieder erster. EIN! Ich bin immer noch erster. Bei mir. Also ich bin dritter. Scheiße. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Max ist bei mir nicht so weit wie ich. Ich habe Max gerade zum zweiten Mal überholt. Was? Bei mir ist Max einfach richtig weit vorne schon. Jetzt habe ich keinen Fehler gemacht hier. Jetzt verliere ich richtig. Ich frage mich wieso, weil ich habe noch keinen einzigen Fehler gemacht. Ich eigentlich auch nicht. Ja, du hast dich schon mal gedreht, da habe ich dich nämlich überholt. Er hat sich nicht gedreht. Ja doch, du bist schräg aufgekommen. Das eine Mal. Ganz am Anfang. Jetzt habe ich Max schon wieder überholt. Jetzt steht bei mir, ich bin auf dem ersten Platz. Max ist auf dem ersten Platz. Jetzt bin ich zweiter. Jetzt bin ich erster. Scheiße, jetzt habe ich mich wirklich gedreht. Alter, ich bin explodiert. Ja, eben. Hast du auch explodiert? Ich nicht. Hä? Jetzt bin ich zweiter immer noch. Ich bin zweiter. Jetzt bin ich dritter. Hä? Das ist einfach so ein Weg, ne? Nee, ihr könnt doch gucken. Guckst du? Jetzt ist Max bei mir immer noch nicht im Ziel. Hä? Ihr seid meilenweit unter uns. Ich bin jetzt hier, äh, hinter mir. Ich bin jetzt hier auf der gelben Rampe schon. Ja, ich bin auch schon auf der gelben Rampe. Ja, ich auch. Ja, ich bin gerade abgesprochen. Ich bin, also bei mir bin ich hinter Max und vor Lukas. Ja, ist jetzt richtig, aber vorhin. Ich fliege gerade ins Ziel. Scheiße, ich glaube, ich fliege vorbei. Punkt. Behandlung. Ich bin durch. Du bist zweiter. Jetzt bin ich dritter. Ich bin erster. Es war die ganze Zeit völligste Verarsche. Lustig, lustig. Die Strecke war trotzdem extrem langweilig. Ja. Ich wünsche, es wäre so. Lukas findet ja Nikolaus besser als Weihnachten, habe ich mal gehört. Ja, da sagt er nichts mehr. Lukas, Lukas, Erde an Lukas. Ja, ich bin da. Ich bin da klar. Ich weiß schon, was du machst. Ja, still. Will er in deiner Hose rumspieren? Nee, ganz bestimmt nicht. Das kann ich nicht machen, dass wir da ins Mikrofon stoßen. Deine Hose? Weil du so dick bist? Nee, nee. Ich meine Hose. Das klingt wie so ein Müllzerkleiner. Steckst du da deinen Penis immer rein in deinen Müllzerkleiner an Lukas? Nee. Wir haben gar keinen Müllzerkleiner. Oh nee. Was ist das denn, ey? Vor allem, warum habe ich so einen scheiß Helm auf? Max, du müsstest das kennen. Das ist nicht das, was ich denke. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ist es. Echt jetzt? Ja. Vor allem, ihr beide schwimmt bei mir. Das zieht die Folge so elendig lang wieder. Du hast gesagt, das soll Stefan spielen. Ich habe gesagt, es würde mich interessieren, wie sich Stefan auf der Strecke schlägt. Nicht, dass wir das jetzt noch mal spielen müssen. Drei. Nein. Es geht gleich. Nein, bei mir nicht. Ich stehe voll schräg. Boah, ihr kompletter Fallschluss. Alter, ich bin gleich mal daneben. Gut. Alter, was ist das? Respond. Respond. Jetzt geh doch weg, du scheiß Ausrufezeichen. 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 Oh, stopp jetzt mal hier. Ach, du scheiße. Aber es ist Gott sei Dank nur ein Huber. Alter. Ich bin gerade voll ins Wasser gesprungen. Wie viele Runden fährt man hier? Und ich schwimme jetzt und ich bin tot. Eine. What the fuck. What the fuck. Stimmt, das ist wirklich eine eine Runde. Lukas, was ist denn da wieder eingestellt? Ich schwimme gerade. Und jetzt kommt eine Welle und ich bin tot. Ja, genau. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah. Alter, ihr seid, ich war letztes Mal so gut am Anfang, nicht? Und jetzt ist es einfach so kackiges. Los! Alter. Keine Runde eingestellt. Nein, nein, nicht vor allem. Wo muss man hier überhaupt hin? Lies nicht mal. Ich bin jetzt wenigstens schon mal über die Rampe drüber, wo du, oh nein, wo du letztes Mal verzweifelt bist. Ich springe heute die ganze Zeit neben die Schrecker einfach. Das ist übrigens der Film Der Noob Teil 2. Achso. Kann ich nicht empfehlen. Ja, jetzt muss man hier durchs Wasser oder? Oh, komm! Das ist jetzt, das gehört noch zum Film. Fuck, ich bin vorbeigesprungen. Ja, guck mal, wie weit ihr schon seid. Ich bin ja noch nicht mal hier vorbei. Ich fahre jetzt gleich in den Looping rein. Wo man in den brennenden Reifen da. Alter, fuck, voll gegen den Stopp. Nein, nein, scheiße, Arschlecken. Sehr gut, ich bin schon mal ohne Probleme durch den Kreisel gekommen. Los, löst Lukas. Komm. Nein, ich bin dagegen das Dingsgesprung. In der Leitenarmung. Gegen das Ausruferzeichen. Aber scheiße, war das dumm. Hehehe. Ah, Lukas, richtig gut. Was hast du denn gemacht? Ich bin dumm. Das ist alles, was wir wissen müssen. Bitte wartet vor dem Ziel. Nö. Hallo, ist voll gemein. Ich wette, ich schaff's nicht mal ins Ziel. Max, du schubst mich noch mal von so einer Strecke. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin voll auf den Streifen zum Schlingern gekommen, ey. Was ist das denn? Ja, gut. Explodiert. Ja, jetzt muss ich hier im Looping noch mal anfangen. Ich komm den Looping nicht hoch. Ja, genau. Was ist das? Was war das für eine große Welle? Nein, nein, ich werde vom Wasser davon getrunken. Ja, genau so. ich bin ertrunken. Scheiße, Das ist bescheuert. Alter Stefan, was war das? Das ist eine richtige Homo-Strecke. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Hab's da gerade homophobe Äußerungen gehört für den Looping hast? Das ist eine richtige Robo-Strecke, hab ich gesagt. Achso. Das ist nämlich nur für Roboter, Jutta. Ich hab nämlich keine Gefühle. Nein, Roboter. Also, ich warte vorm Ziel. Steh, bleib! Nein! Okay, sehr gut. Schaut. Okay, ich bin noch nicht im Dings vorbei, aber ich bin schon mal näher an Stefan dran als vorher. Ich hab auch zehnmal den Looping gemacht. Hä, bei mir hat's gerade nicht ausgelöst! Bei mir hat gerade der zweite Streifen hier nicht funktioniert. Als ob! Stefan, da musst du dich zurücklehnen mit bei dem Sprung, sonst kommst du da nicht an. Das hab ich sonst immer gemacht. das reicht mir. Alter, wie das aussieht, wie du da den Looping rumfährst, Lukas. Oh! Oh! Okay, sehr gut. Sehr gut. I'm a dirty, my boy. Alter. Bist du schon oben? Ich? Nee, ich mein Lukas. Achso. Ja, genau, fall auf die Seite. Alter, jetzt holt er mich noch dagegen. Ja, ich bin genau auf die Seite gefallen. Jetzt haben wir mal vollgas. Voll gegen den Ball. Alter, ist das aber nicht scheiße. Uui. Wie. Ike for doing. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ike. Shoot, shoot. Uui. Okay. Mann이. Das ist so, das kannst du jetzt richtig zum Skatman machen. Was? Komm, ich gebe jetzt mal keinen Schreck. Weil wenn man nicht so, wie man fahren muss, dann ist die echt in Ordnung. So, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Adios, Samuels. Oh, ist nur 18 Minuten? Wollen wir da noch einer dranhängen? Nein. Tschüss. Tschüss.